Bist du bereit, Frakas? Bereit für eine weitere Folge Skyrim von Pony Slay Station? Dann lass uns loslegen. Wir sind hier im Staubmann Grab. Nicht. Wo gehst du hin? Lass mich. Da oben steht, ich muss runterballern. Objekte und Waffen und... Gucken. Da. Das ist unglaublich. Und wo ist er jetzt? Kommt er wieder da hoch, oder? Da ist keiner. Ist da jemand? Nein! Schnell Waffen wechseln. Warum sind die nicht mehr hochgegangen? Verstehe ich gar nicht. Na gut. Das war eine kurze Erfahrung und es hat nicht funktioniert und scheiße. Wie lange geht's denn hier noch runter? Da oben ist nix. Da oben waren nur die zwei Wachen. Dann... Mh, mein Schwert sind toll. Das ist schnell. Da müsst ihr schon besser sein. Und aufs Maul. So. Tritt da jetzt ja nicht drauf. Oh doch, tritt drauf! Verdammt! Ich dachte, wir würden die da unten irgendwie... Was ist denn das hier noch? Kann man das ansehen? Wie der Wiss eines Flusses! Ganz leicht! So schnell schon! Machen Sie! Schuss! Und sich um! Killing Moves von einem Werwolf sind ja super! MDR! So! Ich hab mir vor einer Stunde was... Rolle der Hysterie! Oh cool! Ich hab mir vor ungefähr eineinhalb Stunden was zu Essen bestellt und es ist noch nicht... aufgetaucht was macht man denn in so einer Situation einfach noch mal was bestellen oder auch die Krypto ja wir sind noch lange nicht da verdammt ganz schön schnell er kämpft denn ok ok total voll super dass wir die schwere rüstung auf den und die wir im Prinzip gar nicht brauchen weil wir ja sowieso ich habe genug von euch knappt sie euch tötet sie solange ihr noch könnt von hinten von hinten die die da k k die 3 Geh weg! So gut. Das war der letzte. Wir müssen mal so. Ich liebe gute Kampfer. Verdammt. Ach komm schon. Meine Fresse. Jetzt hab ich aber seinen Schnauze voll. So. Und wo ist jetzt mein kleiner Begleiter? Da ist er. So die sollen sich nicht mit dem beschäftigen. Hä? Ich kann den Schlein nicht brauchen. Ah. Ja du machst das super. Ich mach einfach Buh und du killst die alle. Ja. Sehr gut so wie du. Und. Ja. Oh. Ach. Oh das zuerst nicht so funktioniert. Oh. 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 auf zur 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 jetzt schon sagen jetzt schon langsam könnte mal was mit passieren ich meine okay er ist ein wehrwolf aber okay er kämpft ganz selten als er wohl was haben wir denn hier ach jetzt sind wir dann in diesem raum waren wir hier nicht schon Prozent aber er ganz einfach nach wenigsten schlussknacken zwischig verbessert auch die Kacke ich kann mir selber auch in mumifizieren noch mehr Vampirstaub Eisgeistzähne passt super und jetzt sind wir hier das heißt sie müssten eh schon alle tot sein was haben wir hier noch eine Truhe Gold Schlüssel zum Staubmannsgrab die 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 Ich schlage einmal einmal zu viel. So, das ist jetzt der Staubmannsgraben. Bitte Skifa, bitte Skifa, bitte Skifa. Hä? Wuh! Oh nein! Oh nein! Spinnen! Oh, nicht nur Spinnen. Ja, ja, mach das schon. Aber wirklich! Fuß! Aufgetascht, Bruder! Aufgetascht, Bruder! Aufgetascht, Bruder! Verdammt! Wo ist die Kroos? Das ist seine Tür! Dankeschön Oh, ohne den würde ich das hier gar nicht schaffen Echt übel Scheiss, Spinnen Ich habe Hunger Und es kommt kein Essen Echt bitter Das geht sich aus Ihr seid so gut wie tot Ich lasse nicht verpassen Ah, komm schon Ich wollte den doch nur Find ich jetzt nicht Okay Wie der da liegt Sind wir jetzt beim Staubmangraub Endlich Ah, das sieht sehr gut aus Das sieht nach einer Falle aus Und ich bin ja schon sehr gespannt Was uns hier erwartet Äh, Nordschwert Und Geht schon Das sind Gräber Die sich hundertprozentig gleich öffnen Wir sollten weitergehen Ja, Jacob Äh, Frankas Feueratem Feueratem Ja, geht nichts auf Bis zum nächsten Mal Doch Oh, fuck Warte mal, habe ich den Feueratem jetzt schon? Kräfte Schreie Shit Ich wollte den Feueratem Und was bringt der gleich nochmal Aufgepasst, Bruder Ich treff Y-Menides Wow So Komm, wir jetzt hier nicht mehr raus, gell? Ach, fuck Ach, fuck Folgendes So, bitte mal nicht Äh, Objekte Waffen Schnell, schnell, schnell Äh Das Und Stahlpfeil Und geht schon Aber die laufen da vorn Sehr schön Fuck Ach, jetzt kommen da noch mehr Ja, Mann Wie viele denn noch? Ich werde euch Einmal Pinata, bitte Okay, das ist jetzt irgendwie voll feig Aber irgendwie voll effektiv Weil die laufen jetzt alle vor mir weg Und dann kann man sie einfach töten Die laufen ja nicht nur vor mir weg Die laufen ja auch vor ihm weg Und dann rein Und dann Wenn das Ja, dann muss ich Bist 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 Ups War's das dann? Bitte Komm her Eine ist noch da Mist Und Tschüss So und einer von denen hat jetzt einen Schlüssel oder was Oh Oder so Nein ich will jetzt gar nicht alle blündern Ich will einfach nur raus aus dieser Scheißhöhle Ach wir sind Level 9 Das habe ich gar nicht mitbekommen Aber der Bogen ist Gold wert Also nicht im Sinne von er ist Gold wert Sondern er ist wirklich Hammer Ein Hebel Cool Hab den Gang Und schnell raus hier Und Vorsicht vor dem Riesen Ja das war Das Stabmanns Grab Wie es weiter geht Das seht ihr leider erst in der nächsten Folge Tschüss